ja okay wir haben Chinesen im Team für heute auch so länger auch kein chinesischer Begern Prozent die sie nicht da wo du bist sagen wir es mal so das ist beabsichtigt ja Schau mal auf meine HP ja schon klar LOL was machen die denn? die haben den einfach defusen lassen LOL einfach so Team Bot gegen Team Bot so ungefähr ey okay für ein Spawnsnap vielleicht ein bisschen spät oder auch nicht Danke Teammate dass du in meine Granate läufst Alter ey diese boah boah man ernsthaft ich gehe das nächste Mal einfach mit B und dann lassen wir uns schön hinterlaufen hau ran okay einfach man unfähig diese Gelegenheitsspieler einfach unfähig ach die Bombe ist dauernd doch mal jemand Bescheid ja weil sie am Spawn einfach liegen gelassen wurde warum lassen die die Bombe am Spawn liegen? seid ihr behindert? ja ich hab sie aufgenommen und bin am Spawn gestorben übrigens sie ist aufgesammelt worden Gott mein Aim ey ja Toastbrot ja aber echt der letzte ist da ne ist nicht der Avkala aber er ist tot der letzte ist tot das korrekt der Chineser hat ne AK Vorsicht hochgefährlich 3 Kiezen mit einer AK Oh Gott Keine Ahnung was ich mir kaufen soll ich kaufte von der AK ja jetzt gehen sie auf einmal A lang hast du gut gemacht jetzt bin ich aber auch schon tot ernsthaft? schon wieder tot? nein meinetwegen letzter Runde achso okay du hast einen getötet ja der hat mir trotzdem noch Hedgeout reingedrückt gedrückt, ey. Nur noch 30 HP. Okay, ich springe einfach mal, während ich schieße. Das ist immer gut. So, und jetzt? Äh, fuck. F. Nicht E. Oh, what the headshot, ey. Oh, fuck. Oh, fuck. Fuck, zwei, oben, Loch. Zwei sind Loch. Zwei sind Loch. Ich steck, hat das. Ja, dann komm mal. Na, wobei, die sind tot. Es gibt nur noch einen. Und der ist weh. Ich weiß. Das war eng, Junge. Ja. Das war leicht eng. Ich hab extra noch die AWP weggenommen und hab mir die Ding genommen. Weil ich mit der AWP in den ersten Schuss verschossen hab. Okay. So, es pushen die wieder. Tunnel? Ne, nicht mal. Ein kleines Wunder. Na doch, pushen sie immer wieder. Okay. Dann schaut ihr da. Dann schau ich hier. Noch ein Headshot. Na, bin tot. Steht noch einer unten? Steht noch einer unten? Schon wieder. Ja, ist tot. Der Kid Ink. Mehr kann ich nicht sagen. Ja. Außer, dass ihr eigentlich gar nicht mal so richtig, äh, gar nicht mal so falsch seid. Joa. Ist doch gar nicht mal so schlecht. Wo bist du denn da? Kann es sein, dass ich der einzigste immer bin, der stirbt? Irgendwie. Möglich. Trotzdem, ich hab elf Kids. Der war gut. Und der letzte ist B. Bam! Ja, ich bin der Beste. I'm the best. Ah! Oh, ich hab'n perfekten Spawn für'n Spawn-Snipe. Aber ich werd' ihn nicht bekommen. Ja, ne, die P. Was ist denn? Ich werd' ihn nicht bekommen. But Spawn-Snipe in your face. Also, ich hab' wieder die Nova, dass ich nächste Runde ordentlich Geld hab. Gönn dir. Äh, ich kann dir nächste Runde übrigens meine AWP droppen, wenn ich durchkomme. Ich glaub' ich hab' nächste Runde selbst genug Geld, aber trotzdem danke. Ich hab' dann nächste Runde 10k. Okay. Jo. Ich hab' grad 3-1, wenn wir die Runde jetzt gewinnen. Dann kann ich dir meine... Die AWP... Nein, ey! Das ist doch unglaublich, ich hab' nicht getroffen. Der kommt übrigens, hat das. Kann ich dir die AWP geben und mir selber eine holen? Eine Fresse, was denn hier für ne Party? Na, Hauptsache, erst... erst prayed, was das Zeug hält. Übrigens, ich würd' mal an deiner Stelle zur Bombe gehen, die wird nämlich grad diffused. Ja, schön, wie soll ich jetzt noch zur Bombe kommen, bitte? Boah! Oh, der Basti hat's Spiel verlassen. Wo bist du denn? Hier. Wo ist denn die AWP? Auf deinem Rücken. Achso. Also, der, wer auch immer da grad die Blendgranate geworfen hat, das war einfach ein fucking Genie. Ich hab' sie dir direkt auf'm Rücken geworfen. Danke. Es war nicht mal deine. Ja, geil, ich hab' schon wieder ein Assist bekommen für den Spawn-Snipe. Ich hab' wieder einfach runtergeschossen, Assist bekommen. Wieder mit dem gleichen. Davor hab' ich ihn halt getötet. Mit dem Kiesnäsen. Ach, keine Ahnung. Nein! Junge, verpiss dich. Boah! Jawoll! Also, wieso wurde mein Kill nicht angezeigt? Keine Ahnung. Granaten, Granaten, Granaten. Come on, let's go! Granaten, Granaten. So. Folgendes gefunden. Flashback! Achso, da hat grad jemand einfach währenddessen ne Kiste geöffnet? Kann man machen. Kann es sein, dass die gleich hier rauskommen? The fuck? Hä, the fuck? Der stirbt nicht. Will der einfach nicht? Ne, ich hab' irgendwie zweimal an ihn vorbeigeschossen. Und der hat irgendwie nicht geblickt, dass ich hinter ihm bin. B clear übrigens, ne? Schön, Bombe liegt irgendwo auf A lang. Schlecht. Äh, korrekt. Grundsätzlich ist das schlecht. So, wo ist der jetzt? Keine Ahnung, wir sind drei gegen drei. Und ich hab' Angst, weil ich alleine B bin. Zwei gegen drei? Wo waren die? Auf doch, Junge. Ich geh' auf B, die sind A lang. Obwohl ich geh' A kurz. Ich geh' jetzt auch grad' Mitte. Moment. Ja, läuft. Der Kerl ist der, mit dem ich vorhin die... Dings geklaut hab. Ja, der ist ganz gut. Du hast ne Red Line. Ja. Hat doch gesagt. Ich weiß. Hey, du da... Finde ich sieht richtig geil aus. Sag bloß, sag bloß. Soll ich auch jetzt nochmal was über Mathe erzählen? Wie in dem Empire. Äh, let's play. Von mir aus? Mh, nein. Hab' ich keinen Bock mehr dazu. Warte, ich smoke es. Äh, ich. Die haben keinen Bock auf B. Ja, danke. Bitte. Die haben keinen Bock auf B. Plänt immer, falls du die Bombe hast. Nee, hab' ich nicht. Boah. Aber die Bombe ist trotzdem bei B. Der Mitte ist, äh, gehittet. Okay, dann muss ich ihn ja nur in den C treffen. Der hat nen Hit mit der Granate abbekommen. Und zwar netten. Boah, Alter! Läuft der mir direkt vor die Fresse, Junge? Ich hab's gesehen. Alter! Ich schieß halt einfach nur aus Panik. Da zuckt nix mehr. Ja, da zuckt wirklich nix mehr. Äh, sollten wir über Cutters abhauen? Weiß ich nicht. Fuck, da kommt einer mit. Ich hab' ihn verfehlt. Ich auch. No scope. Diegel! Hol' dir zweig! Nein. Ich wollte gerade wegrennen und renn' in einen rein. Na, ich hab' ihn noch mitgenommen. Haha. Nett. Fortschritte. Jawoll. Ja, pff. Ich hab' ja genug Geld. Ich hab' ne'a ADP, ne Diegel und alle Granaten gekauft, hab' noch 3500. Dito, ich hab' noch 50 dazu. Oh, netter Heddy. Die haben echt keinen Bock auf B. Okay. Aber auf Cutters. Okay. Also, zwei sind schon mal Mitte gestorben. Ah, kurz. Und Spawn. Snipe. Technisch. Du weißt schon. Mhm. Ah, übrigens, der, der so'n bisschen besser ist, hat so'ne AWP Pit Viper wieder einen in der Lobby bekommen hat. Ich weiß zwar nicht, ob der das war? Ne, das war in der anderen Lobby, oder? Tschüss. Glück gehabt. Danke. Erstaunlich, dass du den nicht gesehen hast. Der stand Loch. Fuck! Boah, da freut er sich, der Kerl, mit dem, äh... Gott, wir haben... Wir haben einen Tony-Luca, super. Ja. Ah, du hast'n Huni mehr als ich. So, jetzt kann ich nur so'ne Billow-Waffe wie die AK-Spielen. Ach! Ich komm' mir trotzdem ne AWP. Oder... Ich mein, gönnt sich ja sonst nix. Ja, ich konnte mir auch noch ne AWP holen. Alle halt erstmal spawnen, Snipe. Die pushen immer unten Cutters. Die gehen mit die Cutters. Fuck! Da ist einer, kurz. Oh, da, jetzt fängt's an zu lägen. Du bei mir, oder ist das der Server? Du klingst so, sagen wir's so. Wir sollten danach auswenden. Das ist nicht auch übel, warum länge ich jetzt? Na, dreimal darfst du raten. Außer sie hier macht's, außer, äh, dein Vater ist angekommen. Nein, eigentlich nicht. Hä? Das ist komisch. Na, es ist sehr komisch. Ich bin sehr aggressiv, A-Lang. Gut, das tut. Oh, fuck! Da kam noch mehr. Ja, ich hab's gemerkt, aber... Hä, warum hat's jetzt so angefangen zu lägen bei mir? Alter, und vor allem, wieso... Wieso zum Teufel gewinnen die jetzt auf einmal? Das ist meine AWP. Ach nee, sag bloß! Lappen. Mann, das ist schon wieder ne... Entscheidungsrunde. Mir geht langsam das Geld aus. Ja, mir auch. Ich hab genau null. Ich hab jetzt... Noch 1050. Sollte es doch nochmal schief gehen. Okay. Okay, Depp, ey. Teammate läuft mir wieder in die Granate. Alter, wir sind alle B. Wir sollten vielleicht mal B pushen. Wir sind die alle B. Vielleicht mal die Bombe holen. Ja, warum ist auch der Bombenträger alleine zu A? So, was macht ihr in der Regel nur... Gott, ey. Wir haben nur 17 HP. Oh, fuck, die sind alle Cutters! Ich weiß. Jetzt weiß ich's. Alter, was ist denn auf einmal los, ey? Das weiß ich nicht. Genau deswegen hab ich mir noch ein bisschen Geld übrig lassen. So, ich geh nochmal auf Spar. Mit ner Galil. 35 Schuss. Das ist auch Galil. Gezwungenermaßen. Ja, was heißt gezwungenermaßen? Ich geh freiwillig. Einfach eins mal. Hätt doch Spiel spielen können. Die zwei Möglichkeiten hatte ich. Galil oder Diegel. Alter. Ist das ein Scheiß. Sind die B? Also ne Granate ist Cutters geflogen, also scheinen sie B zu sein. Ja, gut, dass ihr alle Cutters verlasst. Das Problem ist, dass die Bombe halt auf A lang liegt. Alter, wisst ihr, wie behindert es ist alleine, darum zu stehen? Ja. Vor allem... Ich hab keine Ahnung, ob hinter mir safe ist übrigens, ne? Oh, Fakt, da kommt einer über. CT-Spawn. Gar, ich plante einfach mal. Doi. Achso. Wenn der ne AWP hat, lass die kommen. Ja, ich stehe eh hier. Kiste. Unten. Sehr gut. Ah, einer ist da kurz mit der AWP. Nein. Nein. Mann. Na, fuck. Alter, wie mich das jetzt aufregt, dass der, dass der es fürs... Oh, Mann. Nein, mir reicht's wegen 250 nicht für ne... So, ich hab jetzt einfach mal wirklich voll noch eingekauft. Ich auch. Ja, ich mein, was willst du denn jetzt noch mit der Kohle anfangen danach? Gar nichts mehr, danach ist vorbei. Das ist korrekt. Ja, genau, äh. Die ganze Zeit ist niemand auf B, dann wenn man einmal pusht, ist einer da. Wie konnte der mich überhaupt sehen? Der müsste eigentlich komplett gestand gewesen sein. Ja, zwischen müsste und sein ist dann auch nochmal ein Unterschied. Fast gut. Oh, shit. Wieso lassen die mich schon wieder Katastrophe alleine? Egal, sehlich, wie sie gelegen hat. Schmitte liegt, ne. Mann! Trotzdem kann man mich nicht einfach alleine da stehen lassen. Das geht einfach nicht. Toll. Ja. Alter, wir lassen uns schon wieder abziehen. Ist das euer Ernst? Ja, was soll man machen? Schau dir den Nate an. Den Nate an. Rip Boom Power. Was? Der Nate hat geschrieben, RIP Boom Power. Ja, schön für ihn. Baaaa! Mann! Jetzt geht mir auf den Sack. So, bis zur nächsten Folge. Ciao. 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 Ich-